Ich blätter auf A. Oh, T-Wolfe! Nicht! Rechts, der wird an der PES gehen. Oder auch nicht. Was heißt? Nein, Connector war einer. Dieser Tufa irgendwas. Der hat... 6 HP hat der nur noch... Nein! Der hat mir 6 HP... Oh, please! Oh, Gott! 6 HP hat der nur noch gehabt, der eine. Die haben gefreut und deswegen nicht geschafft. Ich bin so dumm. Holy Shit! Ja, gern geschehen, ne? Hahaha, gern! Oh, yeah! Oh, yeah! Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde zu einer weiteren gepflegten Runde. Let's play Counter-Strike Global Offensive. Ja, wer das letzte Video gesehen hat, der wird jetzt sehen, ich habe Zuwachs bekommen. Im wahrsten Sinne. Und zwar ist mit dabei der Fabian. Hallo! 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 Und auch mit dabei im TeamSpeak ist der German Timo. Hallo! Hallo! Wir zocken ein gepflegtes Matchmaking nochmal auf der wunderbaren Map Inferno. Die Map bockt aber auch und der Zufall hat Tatsache wieder entschieden. Wir starten wieder als Terrorist und wir haben eine Niederlage. Gut zu machen, liebe Freunde! Was machen wir zuerst? Hallo! Hey! Wollt ihr mal falsche Mitte auf A? Oder Crush? Ne, erstmal beinahe, oder? Kann man schon machen. Ja, kann man auch noch. Okay. Fünfmal pre-made, alle deutsch. Ja. Was? Aua! Aus der Mitte wurde ich erstmal ein bisschen angefrackt. Die werden Schreie haben und defensiv spielen. Tee waschen. Nice ticket. Wollen wir noch eine mehr CT? Ruin. Oh Scheiße! Oh kacke. Eier CT. Es ist wirklich auf der Willen. Ei, ich schreie wieder. Entschuldige Musik! Entschuldige Musik! Sicher.. Tee, ich mache jetzt noch eine Runde. Ja, falsche Mitte, Mitte auf A. Ich gehe mal wieder. Ich gehe hier rum. Mitte oben. Nice. Nice. Die hast du aber hart gefickt gerade. Oh, das wäre es. Oh, das wäre es. Nice. LOL. Schischi. Kranker Scheiß. Da hat sich jemand eingespielt. Das Smash Macking fühlt sich auch generell ganz anders an als das letzte irgendwie. Ja, haben wir erst zwei Runden gespielt. Aber gegenwürste nicht so schwitzer. Ja, keine Ahnung. Der erste in der letzten Runde da hat er schon auf dich gedrückt. Ja. Das war nicht Heißsilber. Das war schon Aua. Schon so MG. Mitte kommt nix. Ja, eh mal. Sorry. Alter. Habt ihr? Das kann nämlich. Aha, aua, 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 aua. Einer von wir. CT, CT ist halt. Einer hat es los. Ruin. Geil. Geilo. Geilo. Das ist neul. 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 Du wirst du neul. Ja bin nett. Perfekt. Ich hab nur ein Kill gezeigt bisher. Und du 8. 8 zu 0 KD leck mich am Arsch. Hab ich neul. Ich hab nur ein Kill gezeigt bisher. Ja schon ne Ansage ne. Ich mach mal ein bisschen Trouble auf A. Habt ihr dich mal geworfen? Jo. Könnt ihr mich boosten? Jo. Da steht noch einer rechts. Unlucky Timo. Schön. Dann aber nicht fassen. Das ist ne Frage. Aber down. Ne kommt. Kommt auf B. Kommt auf B. Kommt auf B. Timo ist nichts B. Ja. Ja. B ist hier oder? Ja. Die aber habe ich erledigt. Ja. Sehr schön. Ich war. Eine Ruine. Ich hab ihn mit aber angehütet. Ja. Er liegt. Ist schön. Ist schön. Oh. Gott. Fuck. Stressiges Musikkit man. Hm. Geht. Timo. Ja. 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 Ich hab schon gesehen. Das ist alles deine. Ja klar. Ja klar. Einer ist im Sandkasten Leute. Relativ low glaube ich. Ich hab ihm schon ein bisschen was gegeben. 1 Ok, nice Wie die uns verarschen wollen, unglaublich Ich war mit you Nice London Oh mein Gott, sehr zu lang Scheiße Der Kopf von der Cityside Das liegt Wie heißt der Durchgang da? Feuer, Connector Ah, alles ja Ja gut, hätte ich selber drauf kommen können Scheiße Das eine ist Library, das andere Connector Jep Ah, das läuft aber smooth gerade Ay caramba Diese Hühner hier Die muss eine Jetzt ist nur noch einer am Leben Was ist denn hier los Jungs? Lasst mir aber was über Hallo! Ok, wo ist der letzte? Äh, tut der Team nicht Ok, alles klar, der kommt von der Bananase Wo seid Jawohl 3-3-3 Dass du den nicht hattest, du warst eigentlich übelst gut drauf oder nicht? Dann ist Cisco, vor allem mit Awe geht bei mir nicht rein Weiß nicht, die Zeit lang war ich übelst gut mit Awe und jetzt geht irgendwie gar nichts rein Was? Du warst vorhin im letzten Matchbacking warst du übelst geil Das hat mich sowas von dermaßen beeindruckt Weil Awe ist sowas, das kann ich nicht Also, weiß ich nicht Connector nichts, Library nichts Oh nein, da kommt viel Oh, Gott sei Dank Das war so dermaßen close Ok, nice Ist nur noch der eine und der hinten irgendwo Epsom Oder auch nicht Nice Sehr schön 7 zu 0, ey, was ne Rasur Ich glaube, es ist jetzt unnötig zu fragen, ob jemand nen Drop braucht, oder? Doch, ich bräuchte Das ist alles, ne? Ach, bescheiße, das war kein Witz, du hast echt keine Kohle Aber warum sagen Ja, er hat meine View bekommen Ok Ich dachte, das wäre jetzt ein Witz oder so Oh, scheiße, die Smoke war scheiße Oh, scheiße, die Smoke war scheiße Oh, scheiße, die Smoke war scheiße Flash Äh, Delta Boy PTT hat mich one click durch den Smoke gewischt Ganz schön lackiger Boy Ach, du macht dich in einen Ich bin schlecht und der kann verkaufen Aaaaaah Oh Wenn wir spielen jetzt wie Silbers und Handniss Hm Wurter Aber in die Bumpe Ich glaube, das Beste, was ich je erreicht habe damals mit der alten Technik noch Das war Äh Nova 3 Das war das höchste und da war halt das Ranking-System noch so simpel aufgebaut. Der hätte jeder Penis irgendwie Nova 3 werden können. Über Nova 1 wäre ich nie hinausgekommen irgendwie. Oha, wie sie alle auf der Bombe hocken. Keiner schlau. Nicht in die Bombe, eh, eh, ah. Ja, ich schaffe er nicht mehr, keine Zeit. Fünf Sekunden. Nice. Wapp dir die Awe und verpiss dich da. Schade. Geiles Ding. Ach, Mann. Geiles Ding. Lass mal B pushen. Hier habt ihr das Böppchen, das brauche ich nämlich nicht. Pfff. Eine Mütze durch. Flasch. Da ist'n hier. Flasch. Oh, fuck. Sehr ge... Einer hat Glutsch. Flasch. Ja, der hat mich. Fuuuuck. Einer müsste in den Ruinen rumpimmeln. Ist der? Ja. Nice. Ich gucke hinten. Einer steht hier. Echt? Oh, die kommen beiden nur. Sack! Das ist der! Der mit seinem... Glaubt der wirklich mit der Negev... Ach so! Wer war'n das mit der Negev, Alter? Wad... 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 Was war das auf dem Pursch? Wad... Wad... Ah, dein Ping ist eigentlich nice. 16k, Alter. Okay, alles klar. Brauchst du einen Drop? Brauch ich wieder Arme. Brauch wer Drop? So. Hast du aber auch schon mal wieder mit Henry gespielt in letzter Zeit? Nö. Noch nicht? Ist das weggesmockt? Heyo, put me in the floodlight. Stepp nicht. Ähm, da ist ein Smokin' Apartments. Ja, da steht einer lang. Der Boiler, oder wo ist der? Timo. Pfff, quasi nicht. Fuck. Denkrichtung. Der Boiler, oder wo ist der? Rechts. Einer Pimmelt beim Connector rum. Äh, geht mal andersrum. Ich, äh, stepp's Library. Nice. Lungen. Schön. Nein! Oh fuck, Library. Was? Scheiße, der... Ich hab die Bombe, lass auf B gehen. Ich hab die B. Ich hab die B. B ist hier. Ja, alles klar. Letztes Library. Oder war Library. Ja. Ich komm. Ich hab die B. Wer da jetzt steht und mich ab-aimt, dann gibt's ne dicke Fettanzeile. Ich hab die B. Ein zerlegte Baum. Ich hab die B. Schobanane. Prost. Wir haben zwei gegen eins die Challenge Ja die sappen glaube ich Die habe ich übrigens auch, die Elite Build Die ist geil Ich finde die mega Ja da wo ich angefangen habe mal eine ABP Boom gezogen da waren die Kisten dann nicht so teuer Also was war das Breakout glaube ich damals Die ist ja jetzt übelst im Wert hoch und ich habe die damals für ich glaube 20 Euro oder was verkauft Was? Oh man das ist bitter Let's go Mega Mitte ist eine Smog Ja der Axt hat für zwei Wochen kein Internet Ah Gott! Einer gleich rechts Oh verdammte Axt Oh def Lass auf B? Ja Lass mal auf B Naja die haben gesehen dass sie switcht Achso Treff nichts für Awe Wieso könnt ihr alle Awe spielen alter? Ich weiß nicht warum, für Awe bin ich immer irgendwie zu doof Hörst du die Mausgeschwindigkeit? Kommt über Mochte Ähh Ich kann die einstellen Von der DPI her Flash Wieso Wieso Welche Maus Welche Mausgeschwindigkeit für die ABP ist denn optimal? Langsamer oder eher schneller? Schneller? Wo der Pio? Hast du mir zugeguckt? Ne Ich schau grad tatsächlich dem Schizzle zu Wo bist du denn? Da Geil Ich hab grad einen Pio geschafft Hier so Da so runter Von Long Von CT Ja mein Ame ist komplett broke Letzter CT Timo Alter Timo nicht spray Hahahaha Hahahaha Der war nice Der war richtig nice Leute Teamplay und so Ähh Den ein Opfer Damit ich ihn halten kann Oh Hey Ich wollt kein AWP kaufen Nice Das haben wir drei Sag mir jetzt nicht dass der Leute hier liegt der Awe rum Mal Nein Alter Nice Ah ok wir haben das zu Zwei So ne ich warte Timo Oh man Von zwei Seiten Einer mit Oh Der kaszt Mann, das ist auch geil, Alter. Deine Arbe gefällt mir. Mach schnell die Punkte für die kleinen Geier. Verdammt. Witzig. Jawohl. Ey, da habe ich eben gerade für unseren Teammate eine Arbe gedroppt. Was war das, komm? Für den Shizzle habe ich gerade eine Arbe gedroppt und dann schmeißt er die weg. Was sind die Idioten, Alter. Ist ja nicht so, dass sie Geld kostet. Nein! Aber es ist ein ganz anderes Smash-Making als bei mir in der letzten Episode jetzt. Ohne Witz. So. Ja, jetzt so Team-Speak-Groß, da will ich die ganze Zeit die anderen Leute im Team stören. Da kann man auch mal so Smalltalk machen. Meine Swag-Watch-Talz ist, sorry. Oh, Timo. Hey, ich finde auch die Gegner jetzt nicht so OP. Die müssen ja eigentlich die gleichen Rang haben. LOL! Einer da, Knie. Einer bei Knie. LOL! Wer hat mich da abgeknallt jetzt? Voll nicht gerafft. Äh, ich finde die Gegner auch nicht so OP oder so merkwürdig, sage ich mal. Wow, Bro-Dickhead hat richtig einen reingeschissen gerade. Joител. Hätte er jetzt noch ein Netz? Oh ja. Sakto. Oh! Ohhohoho-Hajk- hate. Entschuldigung können mich bitte kicken, weil der Anbieter hat angerufen und hat gesagt ... ... es wird jetzt für was für eine ganze Stunde dat** Management abgestellt. Und ich werde sowieso dann gewohnt Oh, wie unlucky? Das ist echt bitter Ja, ich hätte mich kicken, weil ich habe keinen Platz auf dem Baum Ja, natürlich Dankeschön Dankeschön nochmal noch Gern geschehen Das war aber echt unlucky Das ist richtig unlucky Weiter noch der Beste von uns Na komm, wir kriegen das schon hin Ich will Timo jetzt Carryhose anziehen Einer Ich bin auf 4 In-Apps sind auf jeden Fall noch welche Ich blätter auf A Oh Timo, ich fahre Nicht Rechts, der wird an der Pass gehen Oder auch nicht Was heißt? Lang, langes Wunder Nein, Connector war einer Dieser Trooper Irgendwas Der hat Eis 6 HP hat der nur noch Nein! Der hat mit 6 HP Oh, please Oh Gott, 6 HP hat der nur noch gehabt, der eine Die haben gefreut und deswegen nicht geschafft, die sind so dumm. Holy shit! Ja, gern geschehen, ne? Oh Gott, der ist wild, ey. Oh, kacke. Hättest du gefragt, wie ich hier in der Arbeit rufen könnte, unten in der K? Ich würde ganz gerne nochmal B versuchen, tatsache. Okay, lass mal auf mir gehen. Okay. By the way, mute mich mal in dem Game, weil du nörst mich nicht doppelt. Und in dem Game hat mir immer so ein Bastel mit der Grund irgendwie. Hab ich schon. Hat scouted, aber ich habe. Da hinten zwei bei den Serken rum. Ich hab noch 10 AP, Alter. Fick die Henne. Hab einen gewonnt, bei der Entschädtische Lige. Einer hab ich. Jawoll, ist clear. Da ist einer CT. Fuck. Lass sie kommen. Objubi, jawoll. Fuck raus, pick die Bombe gipfletten. Oh, da ist einer close. Hab ihn. Nice. Banane. Okay. Bum, bisschen Wasser. Banane. Okay. Ja, der ist echt Banane. Ja. Ja. Geil. Oh, mein Gott. Was ein geiles Ding gerade. Bisschen Lucky, aber okay. Und da soll mal einer sagen, eine P90 wäre eine Noob-Waffe. Woah. GB. Ey. Ja, dadurch, dass wir jetzt einen Bot haben, müssen wir sowieso überlegen. Also, ich gehe auf jeden Fall A. Klar. Logo. Ah. Ja, der Blaue will auch A. Glaub ich. Ne, der geht B. Ne, der geht A. Jawoll, passt. Egal, ich gehe einfach mit A. Dann versuche ich den Bot mal ein bisschen zu steuern. Halt echt. Alle mal zurück rufen. Ja. Ja, wir gehen jetzt mit Z, ne? Mit Z. Von Zwei, Z2. Mit B. Okay, alles klar. Nicht über Mitte. Niemand über Mitte gehen, das ist immer dumm. Meinst du? Also, jetzt gerade... Wenn dein Team B noch haben, immer über C gehen. Lol, wo ist die Bombe? Wo ist die Bombe, Leute? Ähm, das tut A, nein. Nein, nein. Okay. 53. Ich habe den Bot. Okay. Wir haben zwei auf A. Beide Connector. Also, die werden CT kommen. Gut. Scheiße. Einen habe ich 76. Hattet. 76 habe ich gegeben. Oh, verdammte Axt. Geil! Geil! Und dann auch noch mit meiner Piff Puff. Nice one. Yeah. Ist jetzt halt die Frage, dadurch, dass wir ja einer weniger sind, ob wir ein bisschen offensiver spielen wollen oder nicht. Können wir mal Sides campen. Können wir mal machen. Mitte, ne? Ja, ja. B! Nice. Einer vom B hat doch mit. Hast du gerade mit der Scouts erwähnt, ja? Ja. Geiler Mann. Geiler Dude, man. So. So. Ja, den habe ich noch angehört. Oh Gott! Danke! Danke, Timo! Alter! Du hast mir voll das Arschloch gerettet! LOL! Was ist hier los? Alter! Ist das krank! Geil! 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 Den hatte ich bestimmt noch gut. Geil! 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 Äh... Blau? Wer ist denn Blau? Wenn denn? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, irgendwer müsste mal den Bot dann zu sich rufen, wenn wir schon zu viert hier rumpimmeln. Wieder aus der Mitte? Ja! B! 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 Ah nein, naaa... Ave? Hatthit! Nein! Okay, letzte Runde, Jungs! Jo. Nein, Timo! Okay, ich glaube ihr sagt Quitt, ne? Oh Gott, das ist meine... Ja, es macht richtig Bock mit euch! Oh yeah! Nice! komm Banane mit ja hab ich auch geil gedacht flash du hab keine na warte gg nein ist feier what the fuck lol zwei mitte oben mitte oben so die Wand das ist der größte Bot den es gibt ne schau komm schon bitte nein Junge ja geil alter und was soll ich haben? Silber Elite Meister du Timo ich hab noch äh kann so liebe Freunde wenn euch diese Folge gefallen hat die war richtig episch dann lasst es mich mal durch ein Däumchen nach oben wissen unten rechts könnt ihr auf die Ente klicken um an der Abo Ente zu werden und oben links findet ihr mein GTA Staff schaut rein würde mich freuen ich sage schöpere und noch einen wunderschönen Tag Ciao ciao ja 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 Vielen Dank.